Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 411. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Und der Herr Basti. Gude und Grüße, meine lieben Freunde. Und dabei bleibt es dann diese Woche leider auch schon. Sowohl Herr Duke als auch Frau Patrizia sind verhindert und dadurch, dass wir jetzt spontan die Aufnahme nicht wie gewohnt am Dienstag, sondern am Montag machen, weil wegen Terminen bei anderen Menschen hier in dieser Runde, kann leider auch Frau Alex nicht von daher. Gut, als ob das jetzt irgendwie, ne? Alex kann vielleicht Mittwoch, Donnerstag, wenn die Sonne scheint, dann vielleicht, ja, also. Sonne scheint ja jetzt gerade keine mehr. Kleiner Spaß an dieser Seite. Alex, wenn du das hörst, komm endlich mal wieder vorbei. Ja, das ist, wäre ein ganz großer Wunsch von uns allen, das definitiv. Ja, definitiv. Aber von daher, kleine Runde, aber ich glaube, wir haben trotzdem so ein bisschen Themen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema des nächsten Gegners der Eintracht, nämlich Köln. Und ja, mal so ein bisschen gucken, was hat sich aktuelles bei der Eintracht noch getan und in der Liga und so weiter und so fort. Vielleicht nicht so ewig lange, aber so ein paar Dinge, die dringend besprochen werden müssen. Natürlich zum Anfang wieder so ein bisschen Housekeeping. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, wir haben jetzt bei Patreon auch umgestellt auf Euro und das haben viele von euch da draußen genutzt und sind Neuunterstützer geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Und es gab auch so ein paar Spontanspenden größerer Art wieder. Von daher nochmal vielen Dank exemplarisch diese Woche an Andreas, Alexander, Thomas und Antje. Die haben so ein bisschen herausgestochen in der letzten Woche. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns hier, dieses Ding am Laufen zu halten und mit Blick auf Ende des Jahres würde ich sagen, für den einen oder anderen ist dann auch ein Weihnachtsgeschenk sicher. Das freut ja auch den einen oder anderen. Muss man sich ja jetzt schon wieder Gedanken drüber machen, seitdem seit vorletzten Monat schon irgendwie die Lebkuchen und der ganze Kram schon wieder draußen steht. Wie gesagt, ich referiere immer noch, wann kommt die Playstation? Für die einen dieses Jahr, für die anderen nächstes Jahr, Marvin. Nein, die Frage ist jetzt nur... Zieh mich nicht schon wieder von der Seite auf. Ich kann dir auch einfach ganz freundlich sagen, dass mir mitgeteilt wurde, ich habe einen. Das ist schön, dann kommen wir doch zum Fußball. Dann kommen wir doch zum Fußball. Lasst uns über die wichtigen Dinge reden und zwar über die Eintracht, die ja am Wochenende, am kommenden Wochenende gegen Köln spielen darf. Und was auf jeden Fall jetzt schon mal feststeht, ist, dass es einen weiteren Verletzten im Kader gibt. Nämlich der Herr Ache hat sich beim U21-Nationalspiel verletzt, ist vorzeitig abgereist, hat eine leichte Sehnenverletzung, wie es jetzt heißt, und fällt nur für wenige Wochen aus. Sie haben jetzt explizit das Wort wenige davor geschrieben. Ich muss ehrlicherweise sagen, mich nervt das ein wenig an dieser Stelle, weil das natürlich auch so die Position ist, wo wir ja sowieso schon so ein bisschen dünne Personaldecke haben. Ich habe jetzt eigentlich gewartet, dass Dennis hier ist, aber er ist ja gar nicht da, weil Dennis und ich reden immer sehr, sehr gerne über Verletzungsaussagen in der Eintracht. Ja, was wenige Wochen heißen wird. Wenige Wochen ist auch so ein bisschen Oxymoron fast schon bei der Eintracht. Du hast das Gefühl, dass weniger, aber dann kommen Wochen. Das klingt auf jeden Fall nach sechs bis acht Wochen, finde ich, wenn man das so liest und hört. Was natürlich, wir hatten es heute Morgen bei Fußball 2000, Marvin. Wir waren sehr zufrieden mit der Transferpolitik. Wir haben gesagt, die einzige dünne Decke ist der Sturm. Und das ausgerechnet, dass jetzt rauskommt, macht mir so ein bisschen Sorgen, weil die Optionen schwindet natürlich so ein bisschen. Und weil das natürlich die Entwicklung von Ache, ähnlich wie bei Indika, von dem wir uns auch einen Sprung erhofft haben, natürlich zurückwirft. Weil dann kommt, wenn er selbst wieder fit ist, dann muss er wieder rankommen, obwohl er eh noch nicht so richtig drin war. Aber also Ache ist jetzt halt auch so ein Kandidat, wo du denkst, okay, wenn er überhaupt voll leistungsfähig sein wird, und selbst wenn es nur als Stürmer Nummer drei ist, verschieben wir das auf die Rückrunde. Unnötig ärgerlich. Und das ist halt genau das. Also ich meine, es war ja ganz klar, dass sowas immer passieren kann. Aber es hängt halt auch alles so ein bisschen an der Häufigkeit von Nationalspielobligationen, die du aktuell hast, wo du dir auch die Frage der Sinnhaftigkeit gegenwärtig stellen musst in so einem eng getakteten Zeitraum, dass die Bundesliga überhaupt Platz finden musste. Dann hast du noch die internationalen Spiele, die fallen bei uns jetzt dieses Jahr weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und klar, du hast ja vorhin eben richtig angesprochen, es ist halt diese dünne Decke, die momentan herrscht, weil die Eintracht jetzt vielleicht auch einfach keinen Verpflicht verpflichten konnte oder es nicht gepasst hat. Die Gründe dafür sind wahrscheinlich, es sind in vielerlei Hinsicht auch vielleicht mit Sicherheit akzeptabel. Ansonsten sind wir ja zufrieden. Aber es ist halt einfach Kacke, weil, ey, am Ende, wenn du dich durch verletzt, hast du nur noch einen Stürmer, so nominell, ne? Ja, das ist es ja. Und dann redest du halt schon wieder um Systemwechsel. Also das ist so dieses Ding, was ich sehe. Bei Dost haben wir sowieso immer Angst, dass er leicht anfällig ist. Und Silber wäre halt die Vollkatastrophe, weil er wahrscheinlich der wichtigste Mann da vorne ist. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Und so ein bisschen kann man sich vielleicht damit trösten, dass das nächste Transferfenster ja schon bald wieder offen ist. Und oder der eine Stürmer durch Corona-bedingt noch arbeitslos ist. Also wer weiß, vielleicht macht die Eintracht da sogar noch was. Ja. Oder man hat tatsächlich diesen Plan B in der Schublade zu sagen, okay, im Training oder zumindest in unseren Köpfen wurde schon das ein oder andere System durchgegangen. Wo du sagst, okay, wo nur ein Mittelstürmer von Nütten ist und Kamada, Yunis und wie sie alle heißen, dahinter sind. Aber viel sollte jetzt nicht mehr passieren. Wir haben jetzt die ganze letzte Saison haben wir gedacht, boah geil, die Eintracht ist mal verschont geblieben. Und alle sind an Bord. Und jetzt hat es so langsam angefangen. Du hast mit Indika, dann Kostic, jetzt kommt Ache. Ja, ich will es jetzt nicht beschreien, aber wenn sich jetzt irgendwie die nächsten 1-2 verletzen sollten, dann wird es langsam eng. Und dann ist dieser schöne Saisonstart irgendwie so ein bisschen abgedämpft, weil du dann halt an die Grenzen dieses Kaders stößt, die da sind. Also bei allem Lob, was wir für die Transferperiode hatten. Unendlich tief ist dieser Kader nicht. Nö. Und es kann ja auch gar nicht sein aktuell, weil du halt natürlich mit finanziellen Situationen zu kämpfen hattest, wo du halt auch nicht genau wusstest, okay, wie viel fährst du dann? Dann ist ja klar, dann ist diese dünne Personaldecke gerade im Sturm dann halt einfach da, okay. Aber du hast ja schon angesprochen, es gibt dann eventuell die Möglichkeit, hier mal nachzuschießen, sobald es noch irgendwie einigermaßen realistisch bleibt. Ich meine, jetzt aktuell gibt es ja noch einige Transfermöglichkeiten. Es gibt noch einige Spieler ohne Vertrag, von Danny Welbeck bis übrigens Alexandre Pato, ich habe den schon lange nicht mehr Fußball spielen sehen, Mandzukic. Und immer noch einer, der wirklich mal damals gerüchtet wurde vor einem Jahr und irgendwie relativ close war, wirklich mal zu Eintracht zu kommen. Mario Balotelli ist aktuell auch ohne Vertrag. Ja, also. Also, ich will nur sagen, es gibt noch diese Möglichkeiten, die Eintracht wird sich natürlich erstmal nicht damit näher befassen, aber wenn das echt mal ein Problem wird und wenn wir vielleicht in den nächsten Wochen schon jemanden haben, der wirklich auch nochmal schwerer verletzt ist, ich will mir nicht ausmalen, dass ein Pastor sich verletzt, aber wenn, dann bist du schon gezwungen, irgendwie dir Gedanken zu machen. Er muss sich ja noch nicht mal verletzen, er muss ja nur, so wie wir es im letzten Spiel im letzten Jahr auch schon hatten, sagen, dass er sich nicht fit fühlt, weil es ihm irgendwie zu sehr auf die Knochen geht und er muss einfach mal ein Spiel oder zwei pausieren. Dann hast du das Thema ja schon. Also, wir brauchen ja jetzt nicht mal in die Verletzungskiste an der Stelle zu greifen. Wobei ich ihm jetzt schon glaube, dass er ja sagt ja oft, dass er sich sehr, sehr fit fühlt und das ist ja auch genau das, was er aktuell ausstrahlt. Insofern gebe ich ihm das und glaube das auch. Ja, aber du weißt ja, wir sind ja jetzt auch alle langsam in dem Alter, wo du dich abends auch noch fit fühlst und am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, denkst du auch so, mein Gott, was ist da passiert? Schön, dass du dich fit fühlst. Ja, aber ich finde, was René sagt, ist richtig. Also, wir müssen ja gar nicht von dem größten Horrorszenario ausgehen und sagen, der verletzt sich jetzt mehrere Wochen, aber wir haben es ja bei DOS auch erlebt, dass man hier was zwickt und dann fällt dir halt ein Spiel aus. Und dann hast du, dann bist du halt in diesem Spiel vor der Situation, dass du sagst, okay, was machen wir jetzt? Also, was machen wir? Und ich wüsste es ja auf Anhieb nicht. Ich meine, es gibt viele Positionen im Kader, wenn wir sagen, ja, wenn Korr sich verletzt, kommt der rein, wenn Ilsenkart sich verletzt, kommt der rein. Selbst wenn Dika sich verletzt, sind wir gut aufgestellt. Vorne ist das halt nicht so. Also, du hast vorne nicht das Gefühl, dass du ihn jetzt ersetzen kannst mit einem Leistungsabfall, sondern komplett mit einem Positionsabfall. Weil, wer ist jetzt da? Keiner. Also, es ist tatsächlich faktisch niemand da. Und das ist, wenn du mit zwei Stürmern spielst und eh nur drei hast sowieso, das ist die Gefahr gewesen, dass die jetzt so früh eintritt, ist natürlich kacke. Aber, weiß nicht, ich hoffe auch hier, dass die Eintracht da einen Plan hat. Also, das kann die Eintracht auch nicht überraschen. Also, ich glaube, hoffe nicht, dass bei der Eintracht ähnlich reges Treiben auf den Fluren ist, wie beim DFB gerade. Das hoffe ich tatsächlich auch nicht. Wie gesagt, es ist ja dann immer noch eine Option wirklich mit einer Umstellung des Kaders, beziehungsweise nicht des Kaders, aber der Aufstellung, dass du dann halt sagst, du gehst mehr über die Außen. Und dann kommen ja andere Rücken wieder rein. Und dann kann ja tatsächlich aber auch, wenn es ganz dick läuft, ist auch Kamade jemand, den du als hängende Spitze spielen lassen kannst, anstatt halt offensichtlich bis Mittelfeld. Das ist ja nicht. Und ich würde dann tatsächlich auch noch so ein bisschen auf die beiden Neuverpflichtungen hier, Younes, und Super vielleicht auch noch so ein bisschen hoffen. Aber es ist natürlich nicht ideal. Es ist dann halt auch wieder so Notlösungsgeschichte. Ja, wir reden über theoretische Wenn-Kann-Konstrukte, aber das ist ja auch mal okay. Sehr gut, das gibt es schon ganz früh. Theoretische Wenn-Kann-Konstrukte, was? Das muss ich mir direkt aufschreiben, sonst habe ich da sonst noch zwei Minuten wieder vergessen. Ja, also das ist so ein bisschen der Downer und dem entgegensteht, wie gerade eben schon angesprochen, Köln ist der nächste Gegner am Samstag 15.30 Uhr und Köln jetzt, ich würde es mal als nicht optimal in die Saison gestartet bezeichnen. Vorletzer in der Tabelle, drei Niederlagen gegen Hoffenheim, Bielefeld und Gladbach. Gegen zwei der drei kann man verlieren, gegen einen sollte man nicht verlieren. Vorteil vielleicht für uns noch zusätzlich, außer dass die nicht so richtig geil in die Saison gestartet sind, die haben auch so ein bisschen Verletzungssorgen. Andersson hat sich ja auch wohl beim Länderspiel so ein bisschen am Knie verletzt und musste jetzt nochmal zu einem Spezialisten. Hector weiß man auch nicht, der hatte sich im letzten Spiel auch irgendwas am Kopf zugezogen. Also die haben auch so ein bisschen Flickenteppich in der Startelf. Basti, du sprichst doch des Öfteren mit Axel. Was ist denn so seine Gefühlslage zu dem Spiel? Hat er da schon was von sich gegeben? Also ich muss sagen, wer Axel kennt, weiß, dass er oft mal ein bisschen fatalistisch ist, was den FC betrifft. Das ist aber momentan eher neben dem Platz und auch wenn sich null Punkte nach drei Spielen schlimm anhören, ist es glaube ich nicht ganz so, weil die hatten gegen Hoffenheim, glaube ich, Pech. Die haben gegen Bielefeld so ein typisches 0-0-Spiel gehabt, wo einfach so ein ganz merkwürdiges Tor fällt. Und dann hast du ein Spiel gegen Gladbach, was du natürlich niemals einplanen kannst, gegen Gladbach zu gewinnen. Das heißt... Ja, da muss ich mal dazu sagen, Hoffenheim war ja irgendwie Elfmeter für Hoffenheim in der 94. Minute oder irgendwas. Das ist natürlich so ein Ergebnis am Ende, das wünschst du keinem. Also außer vielleicht Hoffenheim und Bayern an sich, aber... und Leipzig vielleicht, aber... Ja. Ja, und aufgrund dessen ist er nicht ganz in Panik, aber natürlich ist das jetzt ein Spiel durch, ich sag mal, mangelndes Spielglück vielleicht oder die letzte Konsequenz, die in diesen drei Spielen eventuell gefehlt haben sollte. Da ist jetzt Druck auf den Kessel, das passt mir ehrlich gesagt nicht. Weil das wieder so ein typisches Spiel ist, wo du denkst, wir haben es alle drin, die Eintracht holt so einen Verein dann irgendwie wieder in die Spur zurück. Und es wäre komplett unnötig, weil du trotzdem das Gefühl hast, lass uns jetzt noch gegen Köln schnell gewinnen, bevor die den Trainer wechseln. Das ist so dieses... Man hat es ja nach dem letzten Köln-Spiel schon gesagt, hoffentlich bleibt Gistel noch ein Spiel. Das ist so diese zwei Dinger, die ich in meinem Kopf habe. So einmal dieses, naja, die Eintracht ist so ein typischer Verein, der so einen Verein wieder ranholt. Aber könnte natürlich auch, was wir mittlerweile im letzten Jahr ein bisschen perfektioniert haben, dafür sorgen, dass die Vereine den Trainer wechseln, wo die Fans dann gar nicht so undankbar sind. Ja. Haltet ihr es denn für wahrscheinlich, dass Köln jetzt vorher noch was an dem Trainerthema tut? Doch eigentlich nicht. Das ist in der Semesterbette ja wahrscheinlich letzte Woche getan. Also jetzt das nicht mehr. Nee, jetzt vorher definitiv nicht mehr. Dafür ist die Zeit tatsächlich zu knapp. Das wäre ja Quatsch gewesen. Das hätte so eine Länderspielpause machen müssen. Ja, ja, klar. Es ist natürlich jetzt aber auch irgendwie schon wieder merkwürdig, auch jetzt nach so einer frühen Zeit jetzt wieder den Trainer in Frage zu stellen. Also noch ganz groß ist das Thema nicht, aber es kommt langsam. Und naja, Gisdol hat ja auch nur eine begrenzte Halbwertszeit. Das hat man auch gemerkt. Ich muss ja sagen, vom Kader, so wie ich den aus der Entfernung sehe, denke ich auch nicht, dass die da richtig unten reinrutschen. Dafür hast du immer noch zu viele gute Sachen. Aber sie meinen, also beispielsweise Marius Wolff ist für mich immer noch eine Verpflichtung, bei der ich sage, ey, das ist eine gute Nummer. Ja, vielleicht wird er nicht mehr so performen, wie er bei der Eintracht damals performt hat. Aber damit kannst du was anfangen. Du hast mehrere ganz gute Spiele. Das müssen wir abwarten. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist die Tatsache, wie heftig negativ mittlerweile auf der Torwartposition umgegangen wird. Also Timo Horn eigentlich im Dauerfeuer der Kritik. Und ich weiß, es ist nicht mehr der Tore, der früher mal war, weil er zwischendurch als potenzieller Länderspiel-Aspirant irgendwie gehandelt wurde. Aber ihn jetzt da auch dauerhaft so niederzuschreiben und auch Sky ist da echt ordentlich dabei, weiß ich nicht, ob das der Gemengelage hilft. Aber ich kann das Gefühl von Basti halt verstehen, dass man sagt, ja, das ist so ein Spiel, hätten die wenigstens noch mal einen Punkt geholt, dann würden die vielleicht ein bisschen relaxter reingehen, dann hätten wir größere Chancen, sie zu besiegen. So geht es für die halt schon um relativ viel. Ja, kann natürlich aber auch unser Vorteil sein. Sie haben auf jeden Fall eine ganze Menge Druck. Ja, und das kannst du, wenn du das weißt, ja auch für dich nutzen. Zu denken, okay, normalerweise fährst du meistens auf Auswärtsspieler, so weit man das bei Corona überhaupt noch als Faktor nehmen kann. Aber normalerweise fährst du erst mal da hin. Und solchen Vereinen sagst du dann erst mal, ja, zeigt erst mal, was ihr drauf habt. So viel kann es ja nicht sein, sonst wärt ihr nicht so weit unten. Und dann kannst du irgendwie probieren, Nadelstiche zu setzen. Muss man gucken. Im Endeffekt kannst du die ja auch so ein bisschen, jetzt weiß ich nicht, wenn du direkt drauf gehst und dann zeigst, ja, wahrscheinlich geht hier für euch gar nichts und führst irgendwie schnell 1-0, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die das drehen, weil die irgendwie viel Selbstbewusstsein haben, kleiner. Also, wenn die Eintracht es schafft, da irgendwie in Führung gehen zu können und vielleicht mal, weiß ich nicht, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen Spielglück haben, wie Bielefeld bei uns, dass die Eintracht halt plötzlich irgendwann 1-0 führt. Und dann kann sich das auch ganz, ganz schnell irgendwie im Wohlgefallen auflösen. Also es ist auf jeden, ich finde es ganz schwierig, über dieses Spiel zu sprechen, weil es A, noch früher in der Saison ist, B, hast du mit Köln irgendwie Gegner, den du noch nicht richtig einschätzen kannst, weil, ich habe es ja gesagt, da viele Spiele dabei waren, die sehr, sehr merkwürdige Wendungen genommen haben. Und jetzt hast du die Eintracht, die eigentlich ganz geil ist. Also normalerweise, wenn wir hier nicht die geübte Selbsthilfegruppe der Welt wären, die präventiv-pessimistisch an solche Dinge rangeht, müsstest du eigentlich sagen, wahrscheinlich gewinnt die Eintracht das und steht dann mit 10 Punkten richtig fett da. Ja, das wäre schon Baba. Das wäre schon richtig gut, aber wie gesagt, ich warne so, natürlich, Warner und Mana tut mir leid, aber wir sind es von der Eintracht ja gewohnt, aber ich will auch noch mal sagen, wie gesagt, der Kader von denen ist nicht schlecht. Über den Andrzej Duda haben wir schon öfter mal gesprochen, den hätten wir auch mal, keine Ahnung, vor ein, zwei Spielzeiten ganz gern bei der Eintracht gesehen, ja, der da jetzt spielt. Recep, der finde ich tatsächlich auch nicht verkehrt, der sind echt, und den Elisiri, so von dem, was ich gesehen habe, das kann ich noch nicht hundertprozentig beurteilen, aber das gefällt mir tatsächlich auch. Da sind gute Sachen dabei, die müssen vielleicht auch erst ineinander greifen, aber vielleicht ist es jetzt auch gut, dass das noch relativ früh in der Saison kommt. Und wie du ja sagst, der Andrzej Duda ist jetzt angeschlagen, mal schauen, ob der spielt. Es ist tatsächlich von der Stärke der Eintracht mehr als was möglich. Ein bis drei Punkte kann ich mir echt gut vorstellen, aber ich glaube, Bastian, du sagst das vollkommen richtig, ich finde es eigentlich geil, wenn die Eintracht gleich versuchen würde, drauf zu gehen. Es gibt ja auch keinen Grund, warum sie das nicht tun sollte. Also zumindest. Es ist halt auch, was wir diese Saison ein bisschen rausrechnen können, ist halt auch dieses, wir haben Donnerstag gespielt, sondern es ist jetzt einfach diese Saison, du kannst jetzt eigentlich schon planen, weil du weißt, du spielst danach in München, wo du nicht unbedingt wahrscheinlich deine volle Kraft brauchst, weil du dieses Spiel so ein bisschen rausrechnen kannst. Also muss der Fokus von der Eintracht auch auf diesem Spiel liegen, nicht nur von Köln, sondern von uns auch. zu sagen, ey Leute, Pam, Pam, Pam. Wir haben eben nicht dieses Ding, dass wir sagen, ah, dann spielen wir noch gegen Lissabon und dann spielen wir noch irgendwie auf Zypern und dann spielen wir noch da, sondern du hast jetzt, du kannst dich genauso, wie du das teilweise bei Europapokalspielen gemacht hast, darauf fokussieren. Dann musst du halt sagen, ey, wir sind danach in München, da sollten wir eventuell die Punkte nicht einplanen. Deswegen lass uns diese 10 Punkte jetzt holen. Geil, ich hab Bock. Ich hab jetzt, ja, genau das ist es. Ich hab auch jetzt Bock, weil dann fährst du mit 10 Punkten nach München und da kann dir halt nichts passieren. Ja, das kann dir dann halt schon so ein Stück weit egal sein an der Stelle. Das ist auch egal, aber genau das ist es ja. Das ist ja das Geile, dass du halt sagen kannst, okay, du gehst jetzt volle Lotte, gehst jetzt Richtung Köln und versuchst da wirklich nochmal drei Punkte zu holen. Das ist ja auch wirklich, wir dürfen die jetzt nicht größer reden als die sind und genauso können wir uns unsere Leistung nicht kleiner reden. Das ist auf rationaler Basis absolut möglich gerade. Und das ist geil. Ich glaube, das fasst es gut zusammen, was mit dem Spiel ist. Auf rationaler Basis ist es möglich, dass sie einfach da gewinnt. Ja, das ist geil. Und dann guck mal, dann haben wir ja einen richtig geilen Saisonstadion, den haben wir ja jetzt schon. Und dann läuft es immer weiter. Und ich ganz ehrlich, wir wissen das doch. Wir haben uns auch im Sommer gesagt, Alter, wie kommen wir denn jetzt in diese Saison auch so mäßig Bock? Können wir ins Stadion, kommen wir in einen netten Stadion? Wie sieht es aus? Und jetzt ist es aber so, dass die Mannschaft uns tatsächlich ja ein bisschen Spielfreude auch zeigt und auch irgendwie Spaß macht auf dem Platz. Und jetzt kommst du ja dadurch dann auch noch, dadurch, dass du das eine oder andere mal auch wirklich gewinnst, auch wirklich ganz gut in diese Saison tatsächlich. Ja, schauen wir mal. Wie Basti schon gesagt hat, nach Köln folgt dann für uns München und dann Bremen und Stuttgart. Ja, Leute, lass uns nicht zu viel in Zukunft überlegen, aber das sind jetzt auch keine Spiele, wo man Angst haben muss. Nö, es ist jetzt so vom Saisonstart her und von dem jetzt kommenden Verlauf könnte man schon sagen, es könnte gut werden. Es könnte gut werden. Ja, vor allen Dingen in der Red-Prospektive muss man halt auch sagen, dass du gegen Berlin und Hoffenheim gewonnen hast, ist, glaube ich, viel wert, weil da werden nicht alle gewinnen. Nee, klar. Also auch da war es, glaube ich, gut, dass wir die zu so einem relativ frühen Zeitpunkt hatten. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Hertha danach nochmal ganz ordentlich hier Kohle auf den Tisch gelegt hat. Ja, also von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt und Hoffenheim in dem Höhlenflug dann so ein bisschen die Flügel zu stutzen, war jetzt wahrscheinlich auch nicht verkehrt und kam zum guten Zeitpunkt. Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn die alle so ein bisschen eingespielter auch wären an der Stelle. Ja, definitiv. Ja, ja, wie gesagt, es ist genau das. Es ist genau das. Momentan kommt das alles. Kam alles zur rechten Zeit und die anderen Gegner, wie gesagt, mit Bayern, whatever, ey, gucken wir von Spiel zu Spiel. Gegen Köln sieht es dann vielleicht, je nachdem, was ist das Ergebnis wieder ganz anders aus. Aber ich habe einfach Bock, dass die Eintracht nicht dafür sorgt, dass Markus Gisdol sich in seiner Position als Trainer des FC Köln weiterhin erfolgreich behaupten kann, um es mal so zu sagen. Also ich habe, wenn wir Gisdol jetzt aus dem Amt schießen, dann können wir uns halt wirklich zu Recht Trainerkiller nennen, oder? Das ist tatsächlich lang her, dass man das mal konnte, aber es würde dann genau in eine ähnliche Richtung gehen. Wäre vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch auf unserer Seite, wo wir uns dahin bewegen am Sonntag? Ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe vielleicht versehentlich Samstag gesagt, das ist aber der Sonntag. Ja, halt mehrere Leute hatten mit der Samstag-Sonstags- Problematik zu kämpfen, ne, Basti? Ja, es ist Corona, ich habe Urlaub, ich komme mit Wochentagen durcheinander, sorry. Ja, gut, also ich fange mal an, ne? Klar, ist auch alles keine Überraschung. Ja. Trap, Hinteregger, Abraham, ich habe gehört, Dika wird langsam wieder ein bisschen fitter, aber das reicht natürlich noch nicht, deswegen mit Hasebe rein. Wir gucken, Abraham ist ja, glaube ich, auch, es geht wieder, dann haben wir Rode. Die Frage ist, was wir halt jetzt machen, nehmen wir Ilsanke oder versuchen wir da was? Basti, was denkst du, haben wir da, sollen wir da was probieren? Boah, das ist schwierig, also das ist so diese Wechselposition, wo du halt aber auch keine Bauchschmerzen hast, also da wird jetzt niemals der absolute Knackerspieler bekommen, aber es ist auch keine Katastrophe. Ich finde Ilsanke, Kor, die sind alle auf einem Niveau, die dir halt zumindest defensiv solide abliefern werden. Ich glaube, wenn er fit ist, gibt es leider noch keinen Grund, Ilsanke rauszunehmen, weil er das schon auf stabile Weise gemacht hat, muss man halt so sehen. Die Frage wäre ja, wenn du sagst, an der Stelle, Eintracht soll irgendwie viel drauf oder von Anfang an irgendwie drauf, ob das nicht vielleicht dann auch so eine Konstellation ist, wo du Soap bringen könntest? Ja, weiß ich nicht, ob das, da bin ich zu weit weg vom Training, also ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, dass er da jetzt noch einen dritten Spieler, so früh in der Saison, ins Spiel bringt, aber klar, ich wäre da dabei, aber ich gehe davon aus, dass wir auswärts spielen, die werden können, respektieren, dass die da mit Roder und So spielen werden, außen hast du, weiß ich nicht, Azubar und Touré. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, lässt du halt wirklich Touré, ich meine, er hat ein extrem geiles Spiel vor der Länderspielpause gemacht, oder ob du da nicht doch einen von der Neuen direkt in den Ring wirfst? Wäre aber Quatsch tatsächlich, ich meine, guck mal, Touré hat sich bewiesen. Und wen denn überhaupt? Genau, und wen, also du müsstest ja jetzt die Position jetzt wieder dementsprechend ummodeln, ich meine, es gibt ja tatsächlich jetzt nicht den Spieler, den du für dir diese Seite gekauft hast. Also du hast ja eigentlich nur Chandler, also du hast entweder Touré oder Chandler, also zumindest in dem System, glaube ich, ich sehe jetzt nicht, Younes und Russic sehe ich da noch nicht. Ne, sehe ich auch nicht, deswegen, also ich würde daran echt nichts ändern, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn und außerdem ist es auch ein schlechtes Zeichen für Ante-Ru-Touré, zu sagen, du hast ja super gespielt, du wurdest allgemein gelobt, deswegen nimmst du mal auf der Bank Platz. Finde ich, glaube ich, macht nicht wirklich Sinn. Ich finde tatsächlich eher diese andere Position, die wir gerade beleuchtet haben, Ilse Anke, dass wir da vielleicht nochmal drüber, der aber auch gut gespielt hat, der auch Länderspiel gespielt hat. So hat auch, der hat jetzt auch Länderspiel gemacht, vielleicht wäre es zumindest mal sinnvoll, den vielleicht, 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 das ist nur eine Idee, aber vielleicht irgendwie zumindest mal zu bringen im Verlauf dieses Spiels. Vielleicht nicht in der Halbzeit, aber auch zu sehen, hier, du bist noch Teil der Mannschaft und so. Das würde auch emotional, glaube ich, wäre das ganz sinnvoll. Aber jetzt von Startelf würde ich tatsächlich auf jeden Fall mit Touré gehen. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Würde ich auch so sehen. Du hast, ja, du hast gesagt, also du kannst ja mit So und Barcock noch mehr bringen, das ist ja auch sehr gut so. Also wenn du das Gefühl hast, es steht zur Halbzeit 0-0 und du müsstest irgendwie ein bisschen mehr Spielkultur reinbringen, hast du ja So und Barcock vielleicht. und kann man beide bringen. Links sehe ich Zuber auch als Mangel, als Alternativ momentan. Du hast ja auch nicht wirklich jemanden sonst, es sei denn, du würdest dann wirklich das System umstellen, aber das halte ich für aktuell unwahrscheinlich. Es wird halt spannend, weil ich finde, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, was die mit Rustic und Yunus vorhaben. Also für welche Positionen die überhaupt in Frage kommen. Also dass du sagen kannst, okay, der ist da und da eingeplant, der könnte plötzlich da auftauchen. Weil eigentlich sieht man beide eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, als Kamada-Ersatz. Und ich sehe keinen von beiden auf den Außen. Bei Rustic haben wir das, glaube ich, sogar in der Pressekonferenz gesagt. Bei Rustic haben sie es in der Pressekonferenz gesagt, bei Yunus nicht so wirklich deutlich. Der wäre auch zumindestens von meiner Wahrnehmung her eher ein Kandidat, den du mal auf den Außen auch bringen kannst. Das wäre nicht spannend. Muss man sehen. Also weiß aber nicht, ich finde Marvin hat bei Touré die wichtigsten Sachen gesagt. Weil wenn er so spielt, warum soll man ihn rausnehmen? Was soll er denn sonst noch machen? Also du kannst ja sagen, ich finde sogar, selbst wenn er jetzt ein, zwei schlechte Spiele macht, darf ich ihn nicht rausnehmen. Weil er ist ein junger Spieler, der auf dieser Position für mich momentan die Nummer eins ist. Mangels Alternativen auch natürlich. Und wenn er die Leistung bringt, fände ich es blöd, wenn man ihn rausnehmen, muss ich sagen. Und mit den neuen können wir, glaube ich, eh erst später rechnen. Also ich rechne damit, nicht damit, dass Rustic und Yunus jetzt schon auf Temperatur sind, Startelf-Kandidaten zu sein. Deswegen können wir die Schwierigkeit, die wir vielleicht jetzt hier sehen, noch so ein bisschen ignorieren, wo wir sie dann einbauen und uns damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Aktuell sehe ich keinen von denen als Startelf-Kandidat auch, weil sie halt noch nicht fit sind wahrscheinlich. Ja, und ich glaube, es ist aber auch tatsächlich ganz gut, jetzt erst mal mit diesem Kader, wie er gerade besteht, beziehungsweise mit der Elf weiter zu verfahren und auch denen jetzt nichts aufzubühlen. Ich glaube, die Last oder auch die Möglichkeit, dass sie, also wenn du jetzt sagst, du brauchst jetzt Startelf-mäßig auf Yunus, was du eigentlich, wofür es logisch keinen Grund gibt, dann ist es die Gefahr viel höher, dass er nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Weil ich glaube, es ist wichtig, gerade so Spieler wie Yunus, der bestimmt das eine oder andere Defizit hat, auch jetzt erst mal wieder aufzubauen und auch ihn an die Mannschaft zu gewöhnen. Und auch in Rustic muss ich auch erst mal an die Bundesliga gewöhnen. Wir wissen, tatsächlich macht er jetzt den Sprung in die Bundesliga, aber das muss nicht immer automatisch sofort klappen. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn das gute, gute Backups sind erst mal und wir mit der Mannschaft, die wir gerade haben, verfahren, das heißt sowohl Kamada jetzt erst mal im offensiven Mittelfeld und im Sturm, haben wir auch schon drüber gesprochen, Dorst und Silva. Sehe ich auch so. Ich sehe auch keine großen Veränderungen. Und das ist auch nicht wie so. Ist vollkommen fein für mich und vielleicht kriegen ja zumindest die Neuen noch ein bisschen Einwechselzeit. Mal gucken. Je nachdem, wie der Spielverlauf dann ist. Ihr merkt ja halt, es ist halt schon lustig, ich bin da halt echt optimistisch, weil wenn ich mir dann die Bank angucke, ist die halt noch größer geworden. Ich würde mir halt tatsächlich wünschen, so diesen engen Kreis, der gar nicht so eng ist, aber um Tutor, Barcock, So, im Endeffekt auch noch Core. Jetzt haben wir noch zwei weitere Spieler, denen auch immer wieder Einsatzzeiten zu geben, wenn es möglich ist, weil das sind diese, das ist der anderthalbste Anzug. Ja, und ich glaube auch so perspektivisch gesehen. Ja, klingt gut. Dann machen wir das mal so. Da müsst ihr mir jetzt mal ein Ergebnis tippen. Marvin, fang du doch mal an. Ja, gerne. 3-1 für die Eintracht. Ganz, ganz bam, bam, bam. Ich bin jetzt so optimistisch, Basti, René und ich, wir sind jetzt hier so in einem Flow drin und denken so positiv, dann müssen wir das mal machen. Basti, was sagst du denn? Ja, ich sehe jetzt auch keinen Grund für mich, das zu relativieren, was ich mir hier gerade eingeredet habe. Und rational gewinnt die Eintracht das Spiel 2-0. 2-0. Mann, jetzt bin ich heiß. Ich auch, auf jeden Fall. Ich mache so eine Mischung aus euch beiden und sage 3-0. 3-0, auch gut. 3-0, ja. Der alte René ist wieder da. Ich will jetzt nicht so sehr auf Timo Horn rumhacken, aber sagen wir es mal so, Welttorhüter wird er nicht. Nee, aber es ist trotzdem auch, also ich meine, lass uns mal ganz kurz dabei bleiben. Ich verstehe tatsächlich, da bin ich auch tatsächlich ein bisschen sauer, ich verstehe nicht, warte mal, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Redet ihr mal ganz kurz. Das hat ihn diese Aktion so aufgeregt, dass er jetzt irgendwas, also normalerweise wäre jetzt die Stelle, wo man Marvin beim Elfmeterschießen einblenden würde, liebe Leute. Jetzt bin ich wieder da. Denkt euch einfach dieses Bild. Aber genau, also mir geht es tatsächlich, hört ihr mich wieder? Ja. Hat so ein bisschen Rauschen gehabt. Nee, es geht für mich einfach darum, ich finde es interessant zu sehen, ich weiß ja tatsächlich schon jemand, der auch beim Abstieg geblieben ist, beim FC Köln. Und ja, wahrscheinlich ist er mittlerweile von einem potenziellen Nationaltorhüter mittlerweile zu einem guten Nikolov geworden. Aber es ist trotzdem immer wieder befremdlich, ich muss doch so Leute nicht öffentlich anzählen. Und jetzt haben sie ja einen zweiten geholt mit Zieler, der ja potenziell auch ein bisschen was kann. Ja, keine Ahnung, dann mach halt den Wechsel. Aber das immer, weil du schwächst ja deine eigene Mannschaft dadurch, wenn dein erster Torhüter, den du zwar anzählst, aber eben trotzdem noch der erste Torhüter ist. Das macht auch für mich... Naja, aber haben sie nicht sogar gesagt, dass Zieler klar geholt wurde als Nummer zwei? Ja, aber du mit Julian Krall wirst du auch keinen Pokal gewinnen. Ja, das ist richtig. Das sind drei. Ja. Deswegen, also ich meine, wenn du das sagst, jo, okay, aber dann muss ich da auch mal die Klappe halten. Das macht doch wirklich nichts besser. Oder suche ich mich auf dem Transfermarkt nach dem vierten Torhüter aus. Also ich meine, das ist jetzt kein FC Köln Podcast, aber ich verstehe den Spin dahinter einfach nicht. Weißt du? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass in Köln viele stört, dass der tatsächlich einfach stehen geblieben ist. Also der war, glaube ich, ein Versprechen in die Zukunft. Wir erinnern uns, der war wirklich eines der größten Torhütertalente. Und dann hat er wahrscheinlich auch neben dem Platz so ein bisschen eine falsche Entwicklung genommen und hat sich halt überhaupt nicht weiterentwickelt. Also ich finde, Timo Horn ist tatsächlich aktuell nicht Bundesliga-tauglich. Ja. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen aus einer privilegierten Position darüber urteilen, weil ich glaube, wenn da hier die Situation wäre, wären wir die Ersten, die uns hier Dienstagabend ständig ausrasten würden. Weil das zieht sich, glaube ich, schon ein bisschen, aber solange die nicht irgendwie die Notwendigkeit sehen zu handeln, ist es okay. Den musst du auf jeden Fall beschäftigen, weil der wird dir auf jeden Fall, ist das ein Unsicherheitsfaktor aktuell. Also kannst du mitspielen wahrscheinlich, wenn du da viel, viel scorest und vielleicht viel flankst sogar mal. Ja. Kann das eine gute Situation sein, weil ich glaube tatsächlich, dass da die Probleme, ich glaube, das ist keine Formkrise mehr. Ich glaube, Timo Horn wird nicht mehr lange die Nummer 1 in Köln sein. Okay. Dann will ich, ich finde das, also der erste Punkt, du hast vollkommen recht, dass gerade in diesem aktuellen Stand, den er hat, du ihn auf jeden Fall beschäftigen musst. Das ist ein Zirkel, den du auf ihn pinnen musst und musst sagen, den muss ich beschäftigen mit Weitschüssen, dies, das, weil irgendwann klickt er ein. Das ist ganz klar. Die Frage, die ich mir aber stelle, warum macht Köln nichts? Warum haben sie in der Transferperiode nichts gemacht, um ihn jetzt wirklich auf die 2 zu setzen? Und Basti, du hast gesprochen, auch neben dem Platz, du bist anscheinend auch so ein bisschen näher dran, auch durch Axel. Was ist denn da passiert? Ja, so genau weiß ich es nicht oder kann ich auch nicht alles erzählen, aber. Ach so, okay. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass, glaube ich, diese Horn-Problematik in Köln keine temporäre ist, wie du es oft hast, wo du halt das Gefühl hast, da gibt es Diskussionen um jemanden, was völlig zu Unrecht ist, weil er eigentlich konstant gute Leistungen bringt. Ich meine, wir hatten das ja in Frankfurt auch mit Trapp. Erinnert euch. Also es gab so, die Stimmen, ja Trapp, der hat eine scheiß Saison gespielt, bla bla. Ich finde, das kann man als temporäre Diskussion abhaken, weil man die Qualität von Kevin Trapp unterm Strich nicht anzweifeln sollte. Ich glaube, bei Timo Horn ist das aber was anderes. Ich glaube, Timo Horn ist halt einfach diesen Schritt, den man von ihm erwartet hat, nicht gegangen und ist in vielen Bereichen des Torwartspiels zu limitiert, als dass man das Gefühl hätte, man hatte über Jahre einen guten Torwart. Also ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass sowohl Gisdol als auch Timo Horn nicht mehr lange in den Ämtern sind, in denen sie aktuell sind. Aber wir können ja froh sein, wenn das aktuell noch der Fall ist. Ja, also wir sollten das einfach nur nutzen. Na gut, schauen wir mal, wie das alles da am Sonntag in Köln ablaufen wird. Fraglich ist ja auch so ein bisschen, oder was heißt fraglich, aber es kommen jetzt so ein paar Themen hoch. Köln hatte ja in den vergangenen Spieltagen auch so ein bisschen Pech, was halt eben Zuschauer im Stadion angeht, hatten immer relativ hohe Inzidenzwerte, wodurch dann teilweise nur sehr wenige oder halt eben gar keine Zuschauer drin waren im Stadion. Jetzt gibt es ja auch nochmal neue Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern mit Beherrbungsverbote und Einreise aus internen, sag schon, Risikogebieten, weswegen schon so der ein oder andere, die ein oder andere Aussage da um die Gegend flog, dass man überhaupt gucken muss, inwieweit auch so Fernsehübertragungen dann auch möglich sind, weil natürlich auch die Leute, die dann an den Kameras stehen da im Stadion, ja auch irgendwo herkommen müssen. Also das wird auch nochmal eine ganz spannende Lage, oder Marvin? Ist eine krasse Lage. Also das ist ja jetzt eine ganz neue Entwicklung, die ich auch erst so gar nicht bedacht habe, weil, naja, man sieht wie Verschärfungen hier und da, und wir sehen jetzt gerade in Frankfurt aktuell auch eine Situation, werde ich gleich nochmal drüber sprechen, aber es ist jetzt schon krass, wenn die vielleicht nicht jetzt irgendwie die ganzen Leute voll bekommen für die Sportschau und Sky-Übertragung, ich glaube, sie kriegen es noch hin, ja. Es gibt auch schon, gab auch schon, also nicht, dass es um Ausnahmen geht, aber es geht halt schon um Hygienekonzepte und wer heute beispielsweise auch die Pressekonferenz von Bouffier verfolgt hat, da wird schon klar, dass auch größere Veranstaltungen weiterhin stattfinden können, wenn die Sicherheits- beziehungsweise Hygienekonzepte das dementsprechend zulassen. Also das ist erstmal nicht das Problem mit dem Reinkommen, aber natürlich mit dem Übernachtungsverbot, ja, das ist natürlich schon, also keine Ahnung, ich glaube, da kann das Regionalgebiet, hier Rhein-Main-Gebiet vielleicht ein bisschen davon profitieren, dass es hier relativ viele Medienschaffende gibt, die du wahrscheinlich morgens nach Köln hinfahren kannst und abends fahren sie wieder woanders zurück, also das geht vielleicht einigermaßen, aber mit der Übernachtung tatsächlich kann ein Problem werden. Da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wie ist das denn eigentlich mit den Spielern? Würde das für die nicht eigentlich ja auch dann gelten, gerade bei Auswärtsspielen, die relativ weit weg stattfinden? Die werden ja dann auch nicht erst irgendwie morgens früh um fünf da in den Bus steigen oder so. Das kommt drauf an, also ich meine jetzt, wir haben ja einen Vorteil, dadurch, dass Köln jetzt wirklich nicht weit weg ist. Insofern geht es einigermaßen, aber die Frage, die sich, ja, also für alle anderen, Hamburg hat beispielsweise, sagt, sie lassen Leute zu, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Ja gut, ich meine, das hättest du ja bei den Fußballspielern dann schon noch irgendwie, weil du eine relativ enge Testung dann ja auch immer da hast, aber trotzdem, auch da wird das Thema dann immer spannender. Es ist ein spannendes Thema und ich glaube, auch hier zeigt sich wieder, dass man nicht alles genau vorhersehen kann. Ich gehe davon aus, der Tross-Fußball wird weiterrollen und ich gehe nicht davon aus, dass jetzt irgendwas wirklich scheitert, aber es wird natürlich auf so eine Thematik aufmerksam gemacht, da wird da der eine oder andere bestimmt auch da denken, oh, dann brauchen wir vielleicht Sonderregel oder so. Also am Ende ist es so, so eine lancierte Pressemitteilung, vielleicht auch Teil, um das andere, um alles noch relaxer durchführen zu können. Weiß ich nicht genau, aber wie es dann mit Zuschauern aussieht, wissen wir natürlich dann auch nicht. Ja, Zuschauer ist ja nochmal eine andere Sache, die sind ja nicht explizit, also klar ist natürlich, dass das Thema im Stadion, Abstand und die Regelungen und so weiter, die sind natürlich Bestandteil des Hygienekonzeptes der DFL, aber die Thematik, ob diese Zuschauer überhaupt anreisen dürfen, ich meine, wir haben es ja auch hier des Öfteren besprochen, dass Fans, die im Frankfurter Stadion sind, nicht unbedingt immer nur in dem direkten Einzugsgebiet Frankfurt sind, sondern natürlich da auch mal weiter weg wohnen und dann für so Spiele dann irgendwie anreisen, ist natürlich dann auch immer die Frage, inwieweit das ein Thema ist und das ist ja dann wieder Landesthematik. Ja, das stimmt. Ja, das weiß ich nicht, also ich kann ja nur sagen, wie es halt für Hessen halt gerade ist. Und da wurde ja jetzt heute wieder beschlossen, dass es also da in Sachen öffentlichen Veranstaltungen, sofern das Hygienekonzept dementsprechend tauglich ist und gerade die ganzen Bundesliga-Hygienekonzepte wurden ja auch alle mit großer Einstimmigkeit hier durchgewunken. Also insofern wird es dann keine Probleme geben. Aber natürlich, die einzelnen Infektionszahlen, wo wir es ja gesagt haben, 50 bei 100.000 und so weiter und so fort, dann kann sich dementsprechend was ändern, je nachdem, wie viele Leute reingelassen werden. Ja, es ist eine schwierige Kiste. Ich meine, wir haben das ja jetzt in Frankfurt auch mitbekommen und ich meine, tatsächlich hat er ja auch so ein bisschen damit. Also man, ich meine, ich glaube, wir sollten immer auch damit irgendwie leben, ein möglichst großes Verständnis generell in der Bevölkerung herzustellen. Und für mich sind halt auch gerade, ich meine jetzt, ich weiß nicht, der eine oder andere Podcast impliziert ja auch, dass wir irgendwie auch ein Frankfurt-Podcast sind und da ist es durchaus auch echt so eine Sache, wo ich mir die Frage stelle, okay, jetzt sind wir elf Tage wieder ein bisschen eingeschränkter, alles gut und schön, könnte man meinen, aber ich verstehe tatsächlich nicht und das ist mir einfach nicht richtig gut beigebracht worden. Tatsächlich habe ich auch keine Quellen gelesen. Tatsächlich, ich habe auch wirklich nachgeguckt, die irgendwie belegen, dass gerade draußen das Risiko jetzt auch so hoch, dass du das verbieten musst, dass Leute sich draußen irgendwie in Parks treffen oder so. Weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut, weil uns die ganze Zeit im Sommer ja auch gesagt, wurde hier, die sind das, geht möglichst raus, was komplett logisch ist. Es gab TH Mittelhessen, hat das auch untersucht, so viele, alles klar, dass du halt eher rausgehen sollst und dich eben nicht drinnen treffen sollst, weil da das Risiko größer ist. Und jetzt sollte man halt auch draußen kein Bierchen mehr trinken, irgendwie in Gruppen. Ich kann das verstehen, in Großgruppen, wenn du siehst, die Eskalateure, die irgendwie ihr Weinchen schlürfen irgendwie an der Kleinmarkthalle, das verstehe ich, also wenn die gerade eng gedrängt sind, aber wenn ich irgendwie an Matthias-Bels-Platz bin oder so und bin da mit ein paar anderen und da ein paar Meter weiter weg sind, auch Leute, die irgendwie ein Bierchen trinken, weiß ich nicht. Das trägt auch nicht zur Verständigung oder zum Verständnis in der Bevölkerung bei. Finde ich gerade ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist immer so dieser schmale Grat zwischen, bis wohin man halt eben dann einfach auch geht. Man muss es ja auch im Zweifelsfall, wie du schon sagst, am Ende liegt es ja nicht an denen, die sich halt einfach dran halten und einfach nur sagen, okay, wir sind jetzt ein kleiner Trupp, sondern es liegt am Ende ja immer da dran, dass du halt eben diese paar Eskalateure hast, die halt eben dann so weit über die Stränge irgendwie schlagen und du musst ja dann irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, womit du beiden irgendwie gerecht wirst. Also es ist eine extrem schwierige Gemengelage an der Stelle einfach. Das ist richtig, aber es ist auf der einen Seite halt auch einfach unlogisch, wenn die Leute, die sich treffen wollen, dann halt einfach reingehen. Weißt du, was ich meine? Wenn sich 10 Leute, 15 Leute irgendwie einfach draußen treffen wollen und jetzt werden sie irgendwie gezwungen, weil sie halt jetzt nicht mehr an Plätzen sein können, reinzugehen, das ist eine Erhöhung des Infektionsrisikos. Das ist halt einfach nicht smart und das auch nicht gut durchdacht. Ja, klar, du verschiebst es natürlich in dem Moment, wo du es halt eben für draußen untersagst, die Leute sich aber nach wie vor halt irgendwie treffen wollen, führt das halt zwangsläufig dazu, dass die halt dann den Weg nach drinnen suchen und dann machst du es wahrscheinlich an der Stelle einfach nur noch viel drastischer. Darum geht es mir, weil tatsächlich darf man halt nie vernachlässigen und vergessen. Weißt du, wenn uns es gut geht, weil wir ja jetzt irgendwie hier drinnen sind und das ist alles okay, aber es gibt auch andere Leute, die brauchen vielleicht mehr Kontakt und die brauchen auch diesen, die haben vielleicht eine andere Arbeitsstelle, wo sie wenig mit Leuten zu tun haben. Also weißt du, es geht halt, ich glaube, das knabbert an uns allen. Ich weiß noch, als wir unsere Podcasts gemacht haben, als Fußball gar nicht lief und wir auch dann irgendwie, das ist einfach eine schwierige Zeit, Basti. Es geht dir ja genauso, oder? Ja, ich finde auch, ich fand, man wird halt auch langsam ein bisschen wütend, also wütend nicht auf Entscheidungsträger, da ist es eher Unverständnis an gewissen Stellen, aber wütend auf die Situation, dass du das Gefühl hast, du hast dich an eine gewisse Normalität gewöhnt, jetzt soll es wieder einen Schritt zurückgehen und dann wird halt diskutiert und das macht einen halt auch müde, weil man selber auch mittendrin ist. Ich meine, wie du es gesagt hast, so manche Dinge erschließen sich einem halt nicht, zu sagen, ja, plötzlich, du hast halt das Gefühl, mit den Maßnahmen, muss man ganz klar sagen, wird quasi der neuerliche Ausbruch auf die geschoben, die draußen sind und irgendwie mit Freunden ein Bier trinken. Ja. So. Und da ist es mir tatsächlich nicht transparent genug zu sagen, ob das wirklich das Problem war, weil, wie du es gesagt hast, Marvin, es wurde ja immer erzählt, draußen kann nicht so viel passieren und mir ist jetzt auch hier von kein, in Frankfurt von kein großartigen Events, bekannt, wo solche Dinge halt passiert sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob diese Maßnahmen jetzt getroffen sind, die wirklich viele Einschränkungen haben und Marvin und ich haben viele Leute, Freunde in der Gastro, für die das auch ein Drama ist, zu denken, wir haben uns schon mit dieser Situation irgendwie arrangiert, das ist alles nicht leicht, jeder ist hier auf der Kante und jetzt geht es wieder einen Schritt zurück, wo halt auch Leute bestraft werden, die sich halt wirklich an alles gehalten haben. Ich kann da wieder, ich bin froh, dass man immer wieder diesen Joker ziehen kann. und ich kann hier beide Seiten verstehen, muss es aber natürlich nicht gut finden. Also ich bin jetzt wirklich in so einer Position, wo es mich mega ankotzt, weil das gewisse, weiß ich nicht, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, du hast dich an das und das gewöhnt und ich finde es auch heikel, das so abzutun, zu sagen, ja gut, auf Feiern kann man schon mal verzichten, weil ich finde, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es hier um Gesellschaft geht und dass es sowieso schon eine schwierige Zeit war und jetzt wird das Wetter schlecht und du hast irgendwie keinen Bock und weiß nicht. Also es ist trotzdem so, dass mir das massiv fehlt, mich in Ruhe und unbeschwert mit Leuten zu treffen. Und das ist was, was mir wirklich krass fehlt. Und das ist für mich persönlich so, da kann jetzt der eine oder andere sagen, das ist egoistisch, ich kann ja mit dem Arsch daheim bleiben. Ist ja okay, wenn es dem einen oder anderen leichter fällt, mir halt nicht. Und mir fällt das jetzt schon die ganzen Monate nicht so leicht. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, es geht wieder in eine Richtung, die dramatischer ist, kotze mich das massiv an, kann aber natürlich verstehen, wenn das so ist. Aber mir wird es erlaubt sein, zu sagen, ich bin an der Grenze zu dem, dass ich sage, oh, das überstehen wir schon alles. Weil langsam nervt es mich, gerade wenn ich irgendwie Aussagen höre, dass das uns jetzt noch die nächsten drei Jahre begleiten wird. Das sind keine Sachen, die ich hören will. Und das ist aber ganz ehrlich und das ist auch genau der Punkt. Es bringt auch Fatalismus, bringt auch in dieser Angelegenheit nichts. Ich brauche jetzt nicht hören von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, Weihnachtsmarkt am besten aus verbieten, Dingsbums, Nee, Leute, wir müssen immer auf Sicht fahren. Und mir geht es jetzt an dieser Stelle nur darum, dass für mich die Begründbarkeit von Treffen draußen, also wie gesagt, ich kann das echt verstehen, wenn du wie Fischsardinen aufeinander gestapelt irgendwo stehst, das ist klar, da fühle ich mich tatsächlich mittlerweile auch unwohl so, klar. Aber es gibt halt einfach Parks, wo du einfach irgendwie mit ein paar Leuten stehst und da gibt es jetzt ein generelles Verbot. Zum Glück auch nur zeitlich begrenzt in Frankfurt, aber das sind Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht denke, dass sie zur Lösung beitragen, gerade weil es nicht logisch ist und weil es auch für mich, ich in der Recherche, die ich betrieben habe, liebe Leute, wenn ihr es hört und habt was anderes, dann schickt mir das mal, es würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt auch keine Begründung, wo gesagt wurde, ja, da und da haben sich die Leute getroffen und danach sind die Zahlen nach oben gegangen. Tatsächlich ist, die, die durch die Medien gingen, waren tatsächlich immer, es waren Kirchen, es waren Hochzeiten, es waren Fleischereibetriebe, die Stars, es waren alles, Indoor vor allen Dingen alles. Indoor, die Sache, die drin, und mir geht es ja tatsächlich nur um den Bereich drin, weißt du, beziehungsweise draußen, mir geht es im Endeffekt nur darum, dass ich nicht verstehen kann, dass draußen jetzt Regularien aufoktroyiert werden, die ich nicht für sinnvoll halte, weil jeder da mittlerweile bereit ist, sich einfach draußen zu treffen und auch im kleinen Kreis, alles kein Problem. Wie gesagt, es geht nur für eine kurze Zeit, aber da muss man einfach, und das will ich einfach nur sagen, muss man die Bürger auch besser abholen und dann bringt es nichts zu sagen, ja, wir machen das jetzt so, sondern liefert uns mal ein paar Begründungen und sagt uns mal genau, was wir auch noch tun können. Wir müssen alle ins Boot geholt werden und das ist das, was ich meine. Und da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, ja, ich kann verstehen und ganz ehrlich, als Politiker ist es auch echt eine schwierige Situation gerade, weil du hast dich damit noch nicht auseinandergesetzt. Das kann gar nicht sein, weil wir sowas einfach noch nicht hatten. Und dann fährt jeder natürlich auf Sicht, aber es ist auch wichtig, nicht immer Schnellschlüsse zu machen und nicht zu sagen, okay, jetzt Leute draußen, keine Ahnung, nur weil ich ein paar Kids gesehen habe oder so, die irgendwie auch draußen gefeiert haben oder so, sondern da muss ich auf Sicht fahren und ich muss alle Leute, wie es geht, mitnehmen. Genauso, und das ist noch ein anderer Punkt, der mich auch wütend gemacht hat, ist die Tatsache, dass jetzt jeder, oder dass jetzt extrem viele Leute, zumindest bei Twitter, sich über diesen komischen Herbstmarkt ausgelassen hat. Leute, das ist natürlich ein beschissener Zeitpunkt. Es gibt einen Herbstmarkt in Frankfurt, der jetzt initiiert wurde, wo du also so eine Art Mini-Tippemess, auf Hauptware, Rossmarkt, Fresskast und so weiter und so fort. So, aber, und da gibt es dann Leute, die sagen, ja super, jetzt steigen die Zahlen, jetzt gibt es diesen Herbstmarkt. Das ist genau das Beispiel, warum ich denke, sowas, auch so eine Kritik ist leider zu kurz gedacht. Warum? Es gibt ein klares, klares Hygienekonzept, was verabschiedet wurde, wo nochmal dran geschraubt wurde, mit Maskenpflicht, dies, das und so weiter und so fort. Aber, wo ich dann das Gefühl habe, natürlich ist ein scheiß Zeitpunkt, weil die Zahlen gerade steigen, aber niemand beschwert sich, dass er irgendwo reingeht, irgendeine Kacke holt. Aber jetzt müssen die Leute, sollen die Leute leiden, die seit Weihnachten nichts zu schaffen hatten, weil das sind ja genau die Schaustelle, die, die, die keinen Krepp verkaufen konnten. Das sind die Leute, die mit ihrem Riesenrad, das ist noch nicht mal ein Riesenrad, aber du weißt, was ich meine, so, die keine Nüsse verkaufen können. Das ist ja deren Lebenskonstrukt und das geht momentan total flöten. Deswegen finde ich, auch hier, ich muss ja da selber nicht hingehen, aber ich muss es doch aushalten, wenn eine Idee erstellt wurde, die denen die Möglichkeit gibt, endlich mal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Und das finde ich einfach irgendwie dann zu kurz zu gedacht, super, steigen die Zahlen, jetzt auch noch das. Weil es ist tatsächlich einfach auch, again, es ist nur draußen. Und das ist genau das, recherchemäßig, das ist das, worüber immer wieder gesprochen wurde, wo es ganz klare Ergebnisse gab, die gesagt haben, ey Leute, trefft euch einfach lieber draußen. Und das finde ich auch logisch. Aber das dann irgendwie als Geißel der Gesellschaft darzustellen, nur weil das eine Idee ist, irgendwie mal wieder ein paar Leuten irgendwie ein bisschen Geld zu ermöglichen. Finde ich halt auch zu kurz gedacht. Sorry, das ist mein Exkurs zum Herbstmarkt, aber weil ich das total oft sehe, ist mir alles zu kurz gedacht. Aber ja, wollte ich nur noch ganz kurz mal loswerden. Ja, muss ich auch noch ganz kurz was zu sagen, weil da gehe ich auch mit, weil das ist so genau dieses, was ich meine. Dann fangen nämlich diese Diskussionen an und das wird nur zu Stress führen. Zu denken, der eine hat für den anderen kein Verständnis mehr und jeder will jetzt in dieser Phase sein Ding durchmachen. Der eine sagt, ja, warum darf das nicht aufmachen? Der andere sagt, warum darf das nicht aufmachen? Dann macht das auf, dass die Leute einem auch nichts mehr gönnen. Ich verstehe tatsächlich den Impuls nicht zu denken, dass man diesen Herbstmarkt, der wirklich übersichtlich ist da draußen, auf jeden Fall, dass man den jetzt dämonisiert, als wenn das wirklich ein Problem wäre. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich habe, das ist mir zu einfach, weil da viele Leute sich auf Leute stützen, die gerne rausgehen. Die hocken vielleicht selber gerne in der Bude und sagen, das ist ja nicht schwer, die ganzen Tag zu Hause sitzen. Leute, doch, es gibt Leute, für die ist das sehr, sehr schwer. Und es gibt Leute, die finanziell davon abhängen, die das ganze Jahr nichts machen konnten und zusehen mussten, wie zum Beispiel der eine oder andere wieder geöffnet hatte, so hier, Gastronomie hat sich langsam wieder geöffnet, aber die durften überhaupt nichts machen. Die hatten ihren Stand und die waren einfach komplett weg, auch wenn man, weiß ich nicht, auf den ersten Blick nicht sagen kann, was unterscheidet irgendwie einen Crepe-Stand von einem Burger-Restaurant. Also, man kann es dieselben Möglichkeiten irgendwie finden, da Hygienekonzepte zu entwickeln. Aber allgemein, was mir Bauchschmerzen macht, ist diese Diskussion. Du hast ja das Gefühl, zu sagen, ja hier, die Leute, die draußen sind, die sind dann schuld und scheinbar sind die Zahlen deswegen hoch, das wird jetzt verboten und dann hast du eine Riesenliste von Straßen und Plätzen, wo die angeblich irgendwie da jetzt mit Masken nur begehbar sind und dann siehst du auf der Straße, die Hälfte rafft es gar nicht und bla bla. Ich finde das wirklich, zum ersten Mal in der Corona-Zeit fand ich eine Aktion aktionistisch und das ist jetzt die. Ich habe alles vorher verstanden, ich verstehe auch das, aber ich verstehe die Durchführung nicht, weil Marvin hat es gesagt, du musst die Leute weiterhin mitnehmen und sagen, naja mal zu, dieses Ganze, dass wir hier den Friedberger Markt teilweise hatten, dass wir das teilweise hatten, hat dazu geführt, dass es da und da Infektionen gab, das können wir nicht mehr machen. Dann beschwert sich doch niemand. Aber wie gesagt, das von vornherein schon zu verurteilen, zu sagen, wie kann man den Herbstmarkt aufmachen, obwohl man gar keinen Vergleich hat, weil es ist das erste Mal, dass sowas auf hat. Vielleicht passiert da überhaupt nichts. Muss man zumindest ausprobieren, um den Leuten, die da irgendwie Geld mitverdienen, die Chance zu geben und das jetzt direkt fertig zu machen ist. Man muss sich irgendwie beruhigen und das geht nur, wenn man die Leute mitnimmt. Also ansonsten hast du nämlich das Gefühl, weil ich merke das Gefühl bei mir auch. Ich merke bei mir auch irrationale Gefühle dem Thema gegenüber, weil es A eine Dauer hat und weil es B kein Ende in Sicht ist. Man probiert sich immer mit allem zu arrangieren, aber so ganz schafft man das ja nicht und ich bin auch froh, dass ich das nicht schaffe. Ich bin froh, dass ich mich nicht an so ein Leben gewöhne, sondern dass ich einfach nur denke, Augen zu und durch. Aber diese Augen zu und durchzeit muss man halt so angenehm und transparent wie möglich gestalten. Und ich finde gut, dass Marvin das angesprochen hat, weil das auch was war, was in mir so ein bisschen gebrodelt hat die letzten Tage, weil du ja mittlerweile auch das Gefühl hast, wir hatten es ja, Reiserückkehrer war plötzlich ein Schimpfwort. Jetzt ist es wahrscheinlich ein Schimpfwort, wenn du draußen rumstehst und mit Kumpels ein Bier trinkst. Also weißt du, es ist einfach so diese Angst von dem, was da kommen könnte, weil du auch das Gefühl hast, dass diese Zeit für Leute auch gut ist, die scheinbar nur darauf gewartet haben, draußen zu sitzen und zu gucken, was da Leute falsch machen. Ich meine, das haben wir ja ganz am Anfang von Corona schon bemerkt, dass da sehr, sehr, sehr viele plötzlich ziemlich schnell dabei waren, andere Leute zu verurteilen, wegen irgendwelchen Sachen. Und darauf habe ich keinen Bock, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht in der emotionalen Konstitution gerade bin, sowas auszuhalten und dann das Gefühl habe, okay, meine irrationalen Gefühle teilweise muss ich ein bisschen steuern. Aber gut. Aber das ist genau der Punkt. Genau, das will ich auch noch ganz kurz sagen, weil am Ende, und das ist ja genau das, was wir hier gerade wieder probieren, irgendwie euch klarzumachen oder beziehungsweise unsere Gefühle einfach mitzuteilen. Am Ende will ich eigentlich nur, dass wir uns alle irgendwie verstehen und dass wir alle auf einer Seite sind und dass wir alle irgendwie nur sehen, dass wir gemeinsam irgendwie da durchkommen. Und deswegen bringt es halt auch nichts, sich gegenseitig genau deswegen dann anzufacken. Lassen wir es probieren. Und wenn wir dann tatsächlich, wenn es Ergebnisse gibt, dass der Herbstmarkt irgendwie tatsächlich für Infektionen zuständig ist, weil das wirst du ja nachvollziehen können. Das ist ja genau dieses Hygienekonzept. Dann kann man immer noch überlegen, okay, scheiße, das war eine kacke Idee, machen wir es rückgängig. Aber wir müssen gerade in dieser Zeit, in der wir so vieles Ungewässer haben, müssen wir Dinge ausprobieren, um dann zu sagen, okay, vielleicht geht es nicht. Das ist genauso wie, ich mag halt diesen Opportunismus nicht zu sagen, ja, siehste, jetzt sind die Zahlen so hoch in Frankfurt. Naja, hätten wir das Spiel nicht machen können, der Eintracht. Das ist tatsächlich Bullshit. Denn es gibt keine Recherche, die das bestätigt. Und deswegen mag ich Opportunismus einfach nicht. Weißt du, mir geht es nur darum, wenn es bestätigt wäre, wenn es klar darauf zurückzuvollziehen ist, es gibt so viele gute Arbeiter, gute Menschen, die gerade genau diese Infektionsketten versuchen herzustellen. Aber genau diese Aussage kann nicht belegt werden. Und bevor sie nicht belegt werden kann, sollte ich doch so Aussagen nicht tätigen. Das ist billiger Populismus. Und es spaltet Leute. Und wir müssen echt alle sehen, dass wir da durchkommen und versuchen wir diesen Herbstmarkt irgendwie zu akzeptieren. Und ich bin froh, wenn in einer Woche oder beziehungsweise in fünf Tagen oder so dieses Rausgehen, diese Rausgehen, Alkohol trinken, irgendwo Beschränkung, geht auch nicht mal um Alkohol. Ihr wisst, was ich meine. Der eine trinkt Alkohol, der andere trinkt keins. Aber zusammen kannst du dann halt doch nicht stehen. Das ist ja Kacke. Es geht ja darum, irgendwie möglichst draußen irgendwie vielleicht noch ein bisschen was zu machen. Und so viel länger als 23 Uhr wird es oftmals eh nicht gehen. Und ich glaube, man muss an die Vernunft der Menschen trotzdem appellieren, weil irgendwie weit über 80 Prozent der Menschen nutzen trotzdem noch keinen fucking Telegram-Kanal. Und informieren sich und sind trotzdem moderat und wollen aber sich nicht komplett irgendwie, sag ich mal, insofern einschränken, dass sie sich nur noch zu Hause sitzen. Weil es geht auch hier um die psychische Gesundheit. Und ich glaube, ich glaube, wir haben fast jetzt alles abgehandelt. Soll ich uns schnell den Telegram-Channel aufmachen? Auf gar keinen Fall. Das unterscheidet sich. Vielleicht sollten wir es doch machen. Was mir an dieser ganzen Thematik, ich verstehe alles, was sie sagt, was mir aber an der Stelle halt einfach noch wichtig wäre und das möchte ich hier als Appell nochmal loswerden. Man kann so Maßnahmen grundlegend hinterfragen und das sollte man auch tun. Aber solange sie da sind, sollte man sich dran halten. Weil das sehe ich halt auch ganz oft in letzter Zeit und auch an anderer Stelle, dass man dann immer sagt von wegen, die Regel ist blöd und deswegen höre ich auf, mich dran zu halten. Man sollte vielleicht auch ein Stück weit einfach davon ausgehen, dass die Leute, die diese Regel gemacht haben, sich zumindest teilweise was dabei gedacht haben. Man kann das immer hinterfragen und man kann immer sagen, wäre eine andere Regel nicht sinnvoll, aber solange sie da ist, muss ich halt damit arbeiten. Und das wäre mir an der Stelle halt einfach nur wichtig. Auf jeden Fall. Das ist ja auch vollkommen richtig. Auch hier ist ein Diskurs ja wichtig. Was du ja auch sagst, man kann dahinter fragen, man kann überlegen, ist es sinnvoll, dann muss man halt auch hier, muss man die Wissenschaft dann einfach mit einbeziehen und dann kommen wir zu einem Ergebnis. Aber am Ende ist es halt, man redet drüber, man redet miteinander drüber und da ist schon viel getan. Korrekt. So, und jetzt haben wir den Teil auch und jetzt kommen wir zu dem Spiel. Tatsächlich können wir echt froh sein, dass die Eintracht erst in ein paar Wochen wieder spielt und vielleicht sind die Zahlen bis dahin in Ordnung. Also sie spielen ja am Sonntag schon, aber sie spielen halt nicht zu Hause. Ja, ich meinte zu Hause, zu Hause tatsächlich. Genau, in Frankfurt. Also da haben wir ja noch ein Besitz halt. Erst am 30., oder Basti? Warst du meinst, gegen 31. Jahrzehnte gegen Bremen, glaube ich? Ja, 31. Jahrzehnte. 31. Jahrzehnte an Halloween. Ja gut, Florian Kohfeldt kommt, ne? Korrekt. Hervorragend. Ja, mal gucken. Ja, falls er bis dahin noch Trainer in Bremen ist, aber ich vermute mal schon. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja dann auch noch ändern, oder? Das wäre doch ein schöner Wunsch. Alter, die Trainerkiller. Die Trainerkiller, ja. Können wir uns irgendwie so kerben, irgendwo hin? Ja. Der einzige Hass, der sich irgendwo hinrichten sollte, wäre tatsächlich gegen Florian Kuff. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ja, das ist, glaube ich, so ein kleinster gemeinsamer Nenner, wobei mir da auch noch andere einfallen. Aber fangen wir mal damit an. Wir müssen uns ja auf irgendwas konzentrieren. Gut, dann haben wir das Thema auch noch. Ich würde aber, dass die heutige Sendung und wir nähern uns jetzt tatsächlich schon dem Ende ungern mit solchen negativen oder mit solchen vielleicht bedrückenden Themen hier verlassen. Wir haben uns im Vorfeld entschieden, wir lassen den Dummschwätzer heute mal so ein bisschen raus. Wir hatten schon genug komische Themen und so viele Dummschwätzer hatten wir jetzt auch nicht. Aber vielleicht habt ihr ja Empfehlungen, die wir hier abschießen können. Ich spiele jetzt einfach mal vorsorglich den Jingle, wenn ich ihn dann finde und dann gucken wir mal, ob wir Empfehlungen haben. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, habt ihr Empfehlungen für die geneigte Hörerinnenschaft? Ja, also so Doku kann ich auf jeden Fall empfehlen und zwar Sehr Doku-König ist wieder da, hervorragend. Ja, aber tatsächlich ist es momentan auch einfach, also es gibt echt viel geilen Scheiß und es gibt bei Arte gibt es eine Doku und es geht New York Times versus Trump mehr oder weniger und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist über einen längeren Zeitraum klar dargestellt, wie das Konfliktverhältnis dort verläuft in wilden Zeiten, in denen wir gerade verleben. Es ist echt eine sehr, sehr umsichtige, gute Doku, die die Konfliktlinie nochmal genauer zeigt. Also ich meine, ihr kennt ja den immerwährenden Vorwurf von Donald Trump, Fake News hier, Fake News da, die ist das. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Doku, vierteilig und manchmal auch echt tut es einem weh. Aber ich glaube, man muss es sich manchmal geben. Heißt Mission Wahrheit, wenn ich das so richtig sehe. Correct. Hervorragend. Dann gucke ich mal, das ist Folge 2 von 4. Dann gucke ich mal, ob ich hier noch gleich irgendwo Folge 1 von 4 finde und dann verlinke ich euch die Arte Mediathek. Kannst du mir auch einen Link schicken, Muffin? Ja, klar, auf jeden Fall. Warte mal, es gibt es tatsächlich auch, ja genau, ich schicke sie gleich in die Gruppe hier. Oder so. In unsere geheime, in unseren geheimen Telegram Channel. genau. Ey, wisst ihr was, ey, dann abonnieren das Leute und denken, geil, jetzt kommen irgendwie Verschwörungsmüll oder so und am Ende, ja, also hier gibt es eine gute Doku, ich habe heute ein bisschen Fähigkeiten gemacht. Ernährungstipps von Basti, Umwelttipps von Dennis, Doku-Tipps von Marvin. Also, ja, tatsächlich, liebe Leute, wenn ihr trotzdem wollt, dass wir einen Telegram-Kanal machen, das ist der einzige Content, wir euch liefern, aber wenn ihr euch das trotzdem geil findet, dann schreibt nochmal. Schnäppchen aus dem Biomarkt. Ja, also, ja genau, sowas halt, ne, also, ja, so richtig, manchmal auch so, dumme Allmann-Witze oder so, ja, weil wir mittlerweile zu viel Zeit mit, ähm, mit Philhoff-Meister verbringen, kleiner Spaß in dieser Stelle. Also, insofern, I don't know, kleiner, kleiner Scherz am Rande. Aber wenn ihr Bock drauf habt, schreibt ja mal. Ja. Okay, also, Mission Wahrheit klingt auf jeden Fall spannend, wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn ich Trump höre, zucke ich so ein bisschen zusammen. Kann ich auch verstehen. Ja. Reicht ja irgendwann. Ja, mal gucken, vielleicht schaue ich es mir an, vielleicht kippe ich mir auch einfach Salz in die Augen, sehr gut. Oh, mehr dazu auf unserem Telegram. Ja, koloniales, koloniales Salz. Das Einhorn-Salz. Nach Mission Wahrheit kommt für mich und für uns alle ein bisschen die Stunde der Wahrheit. Ich kann noch mal ganz kurz anspoilern, dass Axel in Frankfurt sein wird. Axel. Und er und ich zusammen das Spiel Köln gegen Frankfurt live schauen werden. Ihr kennt das ein bisschen von Fußball 2000, diese Live-Coverage von Corona-Spielen. Da habe ich mir gedacht, das machen wir im Wettbrötchen doch mal nach und ich hole mir den Axel dazu, weil bei Fußball 2000 sind wir natürlich alle für denselben Verein. Das ist vielleicht ganz lustig, wenn ein Tor fällt, aber Axel und ich haben natürlich am Wochenende verschiedene Vereine. Ja. Und ich glaube, René kann den Link in die Show Notes stellen, wo ihr das am Sonntag ab 15 Uhr sehen könnt. Auf dem Kanal Spantifico, wenn ich das richtig sehe, bei YouTube. Genau. Da könnt ihr das auf jeden Fall schauen und wie Axel und ich uns gegenseitig bekriegen bei diesem Spiel und ich hoffe natürlich, dass das anders ausgehen wird als letztes Mal, als ich mit Axel ins Spiel geguckt habe, weil da war ich sehr, sehr arrogant, weil die Eintracht schnell 2-0 führte. Nein! Und wir alle wissen, dass am Ende die Eintracht noch 4-2 verloren. Ja. Gibt es dann irgendwelche Live-Wettquoten? so, wer wirft als erstes was? Wer fängt als erstes an zu weinen? Nö, wir werden aber selber live tippen wahrscheinlich und gucken, wer am Ende nicht nur das Spiel gewinnt, sondern auch ein bisschen mehr Cash in den Täsch hat. Aber wir werden auf jeden Fall einige Spezialwetten haben. Wir durften uns bei Tippi Kuber Wetten aussuchen. Ich durfte mir aussuchen, Hinteräger schießt ein Tor. Das werde ich ihm vorher auch nochmal ganz genau sagen. Also ich habe jetzt mal Euro drauf gewittert. Genau so. Axel durfte dann ähnliche Wetten machen. Also es wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich, weil wir auch alle wissen, dass Axel sich gerne aufregt, wenn Köln verliert. Wenn ich mich dazu noch freue, ist für jeden was dabei. Uff, das wird großartig. Sieht man nur euch oder sieht man auch Spiel 10? Nee, dürfen wir natürlich nicht. Es hätte ja sein können, dass es da irgendwelche Sonderregeln gibt. Nee, nee. Also quasi Second Screen euch auf dem einen und auf dem anderen dann irgendwie das Spiel laufen lassen. So ist es. Och, großartig. Also ich weiß jetzt schon, was ich am Sonntag ab 15 Uhr auf jeden Fall tun werde. Das wird sehr großartig. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich habe auch großen Bock drauf. Wird ja auch gemacht, so wie ich das richtig verstanden habe, von dem Technik-Gott von Fußball 2000 Hintergrund. Ist das so? Ja. Jan ist da am Start. Das steht für Qualität. Liebe Grüße an Jan. Fußball 2000 steht für Qualität. Genau. Hoffentlich gibt es kein Greenscreen, sage ich mal. Aber gut. Hoffentlich bleibt Jan der einzige Kameramann an dem Tag. Naja. Grüße. Ja, sehr schön. Also mein Sonntag ist hiermit schon mal gerettet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas Empfehlungstechnisches, was ich dazu beisteuern kann? Ich bin irgendwie sehr wenig Medienkonsum. Also normalerweise ist ja jetzt die klassische Zeit, wo ich hier FIFA 21 empfehlen würde. Darum, da muss ich auch gleich nochmal was kurz sagen. Ich spiele es tatsächlich auch, aber ich muss ernsthaftweise sagen, dass mich dieses ganze Thema im Vorfeld extrem genervt hat. Es gab ja, das vielleicht als kurzer Exkurs für denjenigen, der es nicht mitbekommen hat, es gab von EA ein, die nennen es irgendwie Game Changer Programm oder irgendwas, jede Menge Leute, die im Vorfeld irgendwie schon drei, vier Tage vor dem offiziellen Release die Vollversion hatten. Und die fingen natürlich alle an und haben da massenweise Echtgeld in dieses Spiel reingesteckt. Das ist ja auch dieses komische, ja, Loot-Prinzip, also wo du quasi gegen Echtgeld versuchst, irgendwie Glücksspiel in diesem Spiel zu betreiben, um irgendwie bessere Spieler zu bekommen. Und das hat mich so immens abgefuckt, ernsthafterweise, wie viel Kohle die Leute da einfach irgendwie reingesteckt haben, dass ich kurz davor war, das Ding gar nicht erst zu installieren, weil es mich so richtig genervt hat, da rollmäßig hinzugehen, gerade jetzt in den aktuellen Zeiten, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, wo Leute irgendwie drum kämpfen müssen, überhaupt irgendwie arbeiten können zu dürfen in dem Jahr. Und die stecken da innerhalb der ersten Woche mehrere tausend Euro in dieses Spiel rein, wo ich auch sage, Leute, das ist jenseits von jeglicher Realität. Deswegen kann ich dieses Spiel, auch wenn ich es momentan spiele, eigentlich nicht guten Gewissens empfehlen. Ja, ey, sei doch froh, dass du überhaupt ein Spiel hast. Ich habe jetzt, das habe ich wirklich kürzlich erst erfahren, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh geil, wann kommt Pro Revolution raus? Da habe ich mal gegoogelt und zu sagen, geil, da freue ich mich drauf oder beziehungsweise warte dann, wenn die Pläsi 5 draußen ist, mir das dann zusammen mitzuholen. Ja. Ja, dieses Jahr gibt es gar keinen Pro Revolution Teil. Das heißt, es ist ja hervorragend. Wie ist dieses Jahr denn noch von mir? Was ist das denn? Mann, hier, Basti, du darfst jetzt Stadion, dann ist man schon gezwungen, daheim zu hocken, Alter, weil man hier nichts mehr machen darf, nicht Stadion. Da haben sie sich gedacht wieder, wann welches Jahr eignet sich besser, mir Pro Revolution vorzuhalten als dieses Jahr? Na, bravo, vielen Dank auch. Basti, vielleicht solltest du dich dann doch mal mit FIFA beschäftigen. Nein. Aber es ist tatsächlich echt genau dieses bittere Jahr, wenn du überlegst. Es gibt kein Jahr, um besser einfach nur zu Hause zu hocken. Nur zu zocken, ja. Nur zu zocken. Und dann wird, und dann Pro Evolution ist nicht, es gibt keinen neuen Wrestling Teil, weißt du, das ist halt für mich dann ein Problem, ne, WrestleMania 2, äh, WWE 21 gibt's nicht, ist auch besser so tatsächlich, nachdem der Ich wollte gerade sagen, nachdem es da mit 20 und 19 war, bin ich glaube ich ganz froh, dass es da jetzt gibt. 19 war gut. 19 fand ich ganz gut tatsächlich. Ja, aber der 18er war besser, ja, trotzdem. Aber es ist halt einfach nichts zu öffentlichen, jetzt haben sie irgendwie so ein Ding, was eigentlich ein besserer, ähm, was irgendwie so ein besserer Beat-em-Up einfach nur ist, da. Der Brawler, den sie da jetzt haben, ja, ja. Genau, also für 15 Euro, wenn der an der, wenn der an der Krabbelkasse ist, werde ich den mir auch mitnehmen, für mehr halt nicht, aber das ist halt echt kacke, ne, du denkst, oh geil, so richtig viel Zeit investieren, hier, dies, das und so, ne. Ne, Kanzlerhaken, so. Richtig frustrierend. Naja. Ja, keine Ahnung. Aber ich, aber ich will mit was Positivem enden, und zwar, wenn ihr dann einfach nur mal euren Kopf ausschalten wollt, das funktioniert bei uns ja öfter mal ganz gut, dann kann ich euch empfehlen, Cobra Kai, eine sehr, sehr lustige Serie, ähm, die nimmt Anleihen, Anleihen an Karate-Kit, wenn ich das richtig sehe, und ich hab Karate-Kit nie gesehen, find Cobra Kai aber trotzdem sehr, sehr lustig, find Cobra Kai aber trotzdem sehr, sehr lustig. Ne, wir müssen über das grundlegende Problem reden, du hast Karate-Kit nicht gesehen. Ne. Wahnsinn. Ich bin, ich bin maximal sprachlos. Auftragen, polieren, Marvin, was ist los mit dir? Ich bekomme ja jetzt alles mit. Mit den Eisböcken, ist großartig. Ich weiß ja jetzt alles, ich hab ja Cobra Kai gesehen, wo du ja alles erzählt bekommst, tatsächlich. Also, jetzt bin ich bei der, was will mir dieses Jahr noch antun, also wie kann man denn bitte Karate-Kit nicht gesehen haben? Das ist Marvin, keine Ruhe. Ich glaube, das ist ein Zeichen seiner Zeit, ob das heute noch so gut finden würdest. I don't know. Guck mal. Das weiß ich nicht. Guck ich das jetzt. Ich bin auch gerade am, am überlegen. Ich hab mir am Wochenende schon Auszüge von Robocop 1 angeguckt. Auch ein sehr großartiger. Das ist schlecht gealtert, Alter. Echt? Fandste? Ich fand's gut. Oh ja, Wahnsinn. Ich fand's gut. Also, Cobra Kai ist die Empfehlung von Marvin. Was nicht schlecht gealtert ist, muss ich sagen, Running Man, Alter. Running Man ist für mich immer noch einer der absolut geilsten Trash-Filme aller Zeiten. Running Man, okay. Habt ihr, habt ihr eigentlich mal alle Teile von Terminator gesehen? Äh, ich glaub die neuesten zwei. Ich hab nur eins und zwei gesehen, glaub ich. Ich hab's ja alle gesehen, bis auf den, war jetzt nicht irgendwie vor kurzem irgendwie einer neu veröffentlicht worden oder sollte veröffentlicht werden? Keine Ahnung, es gab vor ein paar Jahren mal einen vor zehn oder so oder fünf oder so. Ja. Ja. Besser als Supercop auf jeden Fall. 2019 gab's einen, genau. Dark Fate. Achso, okay. Genau, den hab ich nicht gesehen. Alle anderen davor, ja. Das ist so geil, Alter. Wir sind wirklich große Fußballfans. Marvin und ich reden in mehreren Formaten wöchentlich über Fußball und hier und da. Aber sobald Länderspielpause ist, reden wir hier lieber über Terminator Karate-Kip, als auch nur ein Wort über Länderspiele zu verdienen. Ich hab halt auch keine Minute davon gesehen. Also, es interessiert mich halt auch Länderspiele nicht. Gibt's eigentlich einen Podcast über die Nationalmannschaft? Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall kennen wir ihn logischerweise nicht, weil den hat eh keiner, weil es keiner sieht. Aber wenn ihr wollt, dass ich über die DFB spreche, das hab ich heute im Heimspiel getan. Heute heißt Montag, das ist jetzt schon abrufbar. Heute ist Montag, ja. Zusammen mit Arnd Zeigler, unter anderem. Und das war eine sehr, sehr gute Ausgabe, weil wir eigentlich weniger jetzt über die nur Nationalmannschaft gesprochen haben, aber natürlich die Struktur, wir wissen alle, die Scheiß-Vermarktungen von zusammen. Alter, was, sowas ausdenken. Musst du echt einen Hirnschaden haben. Und über die ganzen, das ganze Siffloch, das DFB, da wird der Basti am Laufe dieser Woche auch noch so den einen oder anderen Take auf dem Kanal von Fußball 2000 dazu offenbaren. Wird auch sehr lustig. Und also, das könnt ihr euch anhören, weil es die ganze Zeit hin und her geht. Ich glaube, 45 Minuten haben wir uns echt nur hin und her ausgetauscht und es war, glaube ich, keine Minute, wo mal Stille war. Also war, glaube ich, würde ich ganz subjektiv behaupten, eine der besseren Heimspiel-Sendung. Ja, dann, wenn ihr was zur Fußball-Nationalmannschaft wissen wollt, dann seid ihr da, glaube ich, ganz gut. Es ging dann auch um Kommerz und ich habe dann auch ordentlich gegen Red Bull geschossen und alles. Also die Nationalmannschaft, das selbst war ein rudimentares Thema. Sehr gut. Dann hat diese Folge vom Heimspiel natürlich auch alles, was es für den guten Fußballfan braucht. Hervorragend. Dann schicken wir euch dahin, wenn ihr mehr zur Nationalmannschaft wissen wollt, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Aufgabe für diese Woche erledigt. Es war eine etwas kürzere Folge, auch in Ermangelung an Themen. Nächste Woche können wir dann über hoffentlich einen torreichen Sieg der Eintracht gegen den 1. FC Köln sprechen. Basti wird uns erzählen können, ob er noch mit Axel Kontakt haben darf oder nicht nach diesem Spiel. Wer das live verfolgen will, dem sei nochmal der Livestream auf YouTube am Sonntag ans Herz gelegt. Ja, und ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Wir wünschen euch eine entspannte Restwoche. Viel Spaß am Wochenende beim Fußball und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, 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 hey Hey, hey, es kann man von, hey, hey, es kann man von. Hey, 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 es kann man von, hey, 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 es kann man von.